Jetzt muss ich nur noch gucken, was war denn Eis? Fünf. Ja. So, ja, dann. Surfing, surfing. Oh. Okay, die hab ich nicht gesehen. Ja, gut, warum man nicht. Ist gleich alles in einem Haufen. Okay, gut. Waffe ausschalten. War neun. Ich bin gut. Ich bin gut. Jo, okay. Nice. Wieder ein bisschen wat gefunden. Wie gesagt, ich denke zu Poison Ivy komm ich nicht rein. So, hier hab ich mich ein bisschen durchgeprügelt. Gehen wir nochmal. Erreicht. Benutzerdefinierte Weg war hier. Ja, da unten. Aber da unten komm ich ja irgendwie nicht hin. Was passiert, wenn ich in den Pool springe? Ach, der ist zugefroren. Ach, so. Was ist denn das eigentlich? Och, ich... Versteckte sich. Versteckte sich in der Tunnel. Oder in der Fahrkarton. So, warte mal. Ja, aber wie krieg ich das denn hin? Ich kann ja schlecht. Achso, warte mal. Warte mal. Acht. Ne, bin wahrscheinlich nicht schnell genug. Oh, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so kriege. Was Kampagne freigeschaltet, Kampfexperte. Wie Kampagne. Okay, das... Das ist mir was Neues. Das hatte ich jetzt gar nicht so im Hinterkopf gehabt, dass ich sowas kann. Also, das ist doch was. Das ist mir, das ist mir. Oh, Mann. Zeit zum Stau! Hang on, man. Erst hier! Oh! Zurück! Wer ist da da? Oh! Wow! Das war ja total ungekonnt. Ich bin ja richtig stolz auf mich. Sind die Aufgaben, die ich dir gestellt habe, noch nicht schwierig genug? Lass das liegen, das ist nicht für dich. Weißt du was? Wenn du mir so kommst... Hab ich einen Hunger? Wo ist nur das ganze Essen geblieben? Alles weg. So, hier. Hey, Katze. Ich glaube, das wird mir gefallen. Äh, mach du weiter. Ich schlage in Akku mit den Schurken zusammen. Warum soll ich jetzt... Achso, okay. Angeblich wurde Bruce Wayne nach Arkham City gebrach. Wenn ich nur fünf Minuten in diesem reichen Bastard halte ein... Es ist Catwoman! Der Joker kann nicht sterben, oder doch? Okay, aber woran kann ich die identifizieren? Wie sehen die denn aus? Das Essen hier schmeckt, als hätte eine Ziege es ausgekotzt. Na, also bitte. Jetzt sind das nicht aus. Catwoman ist hier! Lass du das mal liegen hier. So. So, aber gut, da muss ich das doch markieren. Oh. Äh, markieren wir erstmal die? Die ist... Hier oben. Ja, komm. Äh, könntest du bitte... Danke. Äh. Das ist ein Zaun, kannst du da auch nicht hochklettert? Ja, aber die ist doch. Oh toll, wie kriege ich die denn weg? Tja, hm. So könnte ich sie als Batman jetzt wegmachen. Jetzt weiß ich ja ungefähr wie es geht, aber das Problem ist... Ah, Mann. Entschuldigung. Kann sich nur noch umschuldigen. Wo denn? Wo denn? Oder ist die hier drin? Hä? Wo denn? Na, das ist ja nett. Dann hat Batman deine Frau wohl doch noch gefunden. Ja, meine schöne Nora ist in Sicherheit. Hättest du jetzt eine Sekunde Zeit für mich? Ich habe nämlich darüber nachgedacht, den Diamanten des Pharaos aus dem Ägyptischen Museum zu stehlen. Es ist ganz schön heiß hier drin und naja, unter dem ganzen Latex schwitzt man ganz schön. Lass mich mit meiner Frau allein, Catwoman. War nur eine Frage, Freeze. Nur eine Frage. Ja, ist klar. Du bist in Sicherheit, Nora. Dann sei's. Oh, sei's. Okay war wohl doch in dem Gebäude, okay. Ähhh, ja. Och nööö. Sorry, hier ist schlecht für mich, hier lang zu kommen. Da... Mit gleiten ist... ist... ist nicht hier als Katze. Na gut. So. Dann werde ich jetzt aber mal versuchen, in Kombination mir jetzt die Links holen. Das ist völliger Ehrsehens. Wir müssen uns doch Essen geben. Okay. Das ist mal ganz kurz. In Arkham City. So. So. Und sie hat ihr Geld immer noch nicht gekriegt. Wenn ich Bruce Wayne finde, sacke ich die Belohnung ein und kaufe mich frei. Hallo? Warum kann ich den nicht werfen... äh nutzen? Den Seilwerfer? Warum... warum kann ich den nicht nutzen? Sag mal. Mann. Seit Wayne hier drin ist, hat ihn keiner gesehen. Vermutlich ist er längst... Spürt, wie es hier von Minute zu Minute schöner wird. Geht nicht. Toll. Geht das hier? Ich brauche ja wahrscheinlich irgendeine Rückwand, aber ich hatte jetzt gedacht, dass ich es vielleicht auch an der Lampe festmachen kann. Geht das hier? Ja. 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 Äh, Mann. Kann ich das nicht? Versuche ich es eben von hier. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Willst du mich verarschen? Wie soll das gehen? Geht auch nicht. Na toll. Ganz umsonst in Häkchen die Arzt nicht. Versuche wir wenigstens Selina ein bisschen zu helfen, das Geld zu finden. Was ist mit diesem bescheuerten Ritter los? Hatte nichts Besseres zu tun, als überall in Marke, was hier die Mauer fragt. So, ich weiß, du suchst deine Kohle. Komm. Such mal. Such mal. Das zieht ihr doch wesentlich was anständiges an. Ich glaube, das wird mir gefallen. Könnt ihr euch keine neuen Anzüge mehr leisten? So toll. Mann, Mann, Mann. Mann, ist das geil. Mann, 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 Mann Hallo, sag mal, hallo. Das hatten wir, glaube ich, schon. Okay, das ist vielleicht oben irgendwo. Hier unten. Wie komme ich denn? Achso. Das ist nicht dein Ernst. Könntest du bitte einfach mal runter? Danke. Okay. Danke. Warum? Warum geht das nicht? Warum geht das jetzt plötzlich? Ich kann mich ja auch nicht von oben runterfallen lassen. Oh, Mann. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf klettere? Ich würde mich so fallen lassen. Hm. Ja, es ist nicht schlau. Ich sehe das schon. Wie soll ich denn da unten rankommen? Ich kann doch nicht mal die Seiten wechseln. Also, ich kann doch nicht mal runter. Geh mal rein. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auch nicht wieder hinkomme. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt wieder hinkomme. Ich weiß nicht, wieoh. Wie heißt es?